Hattest du was lilanes dabei? Kann schon sein Ich weiß ganz ehrlich nicht, was ich fallen gelassen hab Da wird der Thermo, so ist er einfach gebannt bei mir Standest du vorne oder hinten? Ja, in Twitch Das macht mein Spot automatisch Ich weiß mal was von Warum die sehen das nicht ganz vorne, wenn ich hier abgestorben bin Ne, äh, Crank, hast du schon gestorben? Ja, wenn du Ja, ich hol mein Platz Wenn ich das überleben soll Warte Was ist meins? Die Hautschon-Schaden gerade raus, also Mh Hermosos Ich glaub jetzt mag er nicht mehr Jetzt ist er traurig, weil er gebannt wurde Aber zumindest weiß ich, dass der Bot doch funktioniert Damit du auf die Grüßung hapert Du bist grad voll geflogen Du bist grad voll geflogen Na kommst du her, Selbstmord Holt ihr ein Auto? Geht schneller Ich weiß Ich weiß Ich weiß bloß grad nicht, ob das direkt fast bevor, wo wir mal gezockt haben oder irgendwas war da mal Da sind Spieler Da sind Spieler Oh, da Ja, da lag auch was grüneres gerade Fabric Da 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 Alter Wie viel sind denn das? Einen Abend? Wir planen was Jaja, jetzt sind wir tot Nö, doch nicht Ich bin voll fanokiert aber Toll, wo gehen wir jetzt abgeben? Warten bis die fertig sind Warum bin eigentlich ich markiert? Hä? Achso Naben-Thermohose Naben-Thermohose Aber wir müssen woanders hingehen Das sind vier Spieler und ich weiß nicht wie gut die sind Jaja, wir können auch hier runter gehen, ne? Ja, wir können auch hier runter gehen, ne? Das ist halt Ach, Jaja, Thermohose Ja, der heißt Thermohose Ja, der heißt Thermohose Da fehlt nur ein H dazwischen, dann heißt es Thermohose Ja, auf beide schon Thermohosen Hä? Hä? Äh, wir rennen Richtung Abholbereich Äh, Dark Zone 2 Kann das sein? Ja Ah! Da wurde der einfach gebannt vom Switch Komplett oder wie? Ne, ich kann ja die Sperre wieder aufheben Aber er hat ein Ausrufezeichen gemacht Ne, eins Und deswegen wurde er gebannt Okay, weg Ich muss das... Ja, ja Alles kostenlos Natürlich, wenn du mehr Reichweite haben willst, musst du zahlen Aber da ich eh kaum eine Reichweite habe, nur 400 Total Viewers Und 33 Follower Ist mir das noch scheißegal Ich habe gerade mal gesehen 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 Aber ich streame aber gar nicht Ja, aber ich frage mich, wie Chris das gemacht hat, dass er auf 600 kommt auf so kurze Zeit Keine Ahnung Ja, der hat sich extra zum Streamen einen neuen PC gekauft Webcam, allem drum und dran Äh, der zockt kaum Ja, äh, kann ich nicht bestätigen Ich habe mir extra die Cam für die Playsy gekauft Extra gut eingestellt Kein Unterschied Wo ich Witcher gezockt habe Ohne Mikrofone, ohne Cam, ohne alles Da haben sie eingeschaltet wie Hölle Echt? Mh Ja, jetzt kannst... Jetzt kannst du Witcher wieder vergessen, weil ich die abwärts nicht habe Irgendwie hartes Geschütz, ja Nimm Witcher Da, komm Spieler Wo? Zwei Stück Ja Ja Kcon Nee, ich lauf Oh ja Das waren doch die von vorhin, oder? Ja Okay Lauf mal Ja, ich bin tot Er hat mich schon angeschossen, ich... Was? Er hat mich schon... Er hat mich schon... Ja, auch sowas keinen Bock Hilfe... 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 Was durch? Ja, der läuft mir hinterher und ballert mich ab Ich dachte du bist tot? Nee, ich hab's noch geschafft So, jetzt wurde er gestunnt von dem Geschütz Ja, dann rennen wir hier runter einfach Richtung... Richtung Ausgang Ja Das ist aber blöd, solange wir im Fight sind Ja, nicht hinter... Hauptsache mal erstmal weg von denen... Was doof ist... Dann gehen wir in den Untergrund rein... Jetzt können wir raus... Jetzt greift er schon wieder an... Da haut es echt gut... Hm, wenn jemand Schutz hat... Dann drehen wir uns um... Ein Kill, nee... Ich hab kurz... Das sind zwei... Das sind... Das sind die zwei von vorhin... Die schaffen wir's nicht... Ja gut... Ich mach Explosions... Und komm... Schutz... Oh... Oh... Leben haben sie kaum... Leben haben sie kaum... Da, der eine ist down... Der eine ist down... Jawoll... Scheiße... Die hau... Die können zwar raushauen... Aber die können nix einstecken... Ja... Du... Mit dem Kack-Geschütz, Mann... Das können wir auch... Kack-Pussy, Mann... Sauber... Und... Das ist halt die Pumpe noch... Ja... Von hunderttausend... Aber da für ne Zähigkeit von hunderttausend... Aber... Ja... Irgendwie schon... Der eine den hat... Ist ja allein... Allein glaub ich... Darum gemacht... Der stand... Im Berührten zu mir... Und einfach draufgeballert... Sie ballern schon wieder auf uns... Umdrehen... Leute... Der WG-Tar schon wieder... Komm runter... Äh... So ist halt... Lass ihn runterkommen... Lass sie kommen... Lass sie kommen... Dann geh mal weiter hinter... Schock-Granate... Hey... Ganz ehrlich... Zweite Flach-Pussy... Ehrlich... Jetzt hat er Schutz gezogen... 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 jetzt haben sie schon wieder schutz zieht mal schutz bitte einer alter ich bin ich bin nicht tot er ist auch da ja weil ja diesmal weg hier ich will nicht mehr mit das war geil kam noch nie und dann gehen wir gleich hoch zu sein oder jetzt kann man eigentlich zu fünf sechs könnten wir ja ich will trotzdem gerne erstmal abgeben und so ja aber nicht weil hier unten sind sie zu schnell es ist solche flashwixer ich will gern das video speichern kannst du doch dann morgen youtube angucken stimmt du hast ja das auch gespräch automatisch ja die aktion ja ich streame ja und morgen lad ich alles hoch morgen wird alles schön hochgeladen wieder ja ich hab nur die zeichen fleifers oder ja sie rotzen gut raus also muss man gelassen ja aber die halten nix aus auf sbs kann ich auch alles geben und und ach das war nur so weil sie gut gear store haben hatten die das nicht viel 314 259 kann sie aber sofort aufgehoben was explodiert denn da du sbs habe ich auch nicht viel ist immer noch mehr wie ich was für die waffe wer ich will auch Ich wollte immer eine Midas, jetzt kriege ich sie hinterher geschmissen, ne? Ja, ich auch. Letztens zwei, drei Stück hintereinander. Ich bin aber eine verdammt lange Zeit mit der Midas rumgerannt. Ich fand sie geil. Ich habe 144.000 SPS und jetzt immer noch 144.000 SPS.